Ab wann konnten Sie wieder nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in die Schule gehen und vor welche Herausforderungen waren Sie als Schülerin oder auch die Schule gestellt? Ja, das ist eine gute Frage. Herausforderung war erstmal, dass die Schule eiskalt war und wir mussten mit Brikett mitbringen, dass der Ofen geheizt werden konnte. Und wir hatten nur eine Schule für die Volksschule und auch für das Gymnasium, weil die andere Schule kaputt war, sodass wir eigentlich manchmal nur vormittags, einen Vormittag, den nächsten Tag, nachmittags und immer wechselnd Schule hatten. Und natürlich auch, also es war eigentlich mit den Lehrern auch eine sehr gute Zusammenarbeit, weil die eigentlich auch wussten, was wir alles durchgemacht haben und sehr viel Verständnis hatten und uns auch halfen. Also das war eigentlich eine ganz gute Zeit. Wie war das mit dem Unterricht insbesondere, Sie haben ihn während des Nationalsozialismus erlebt, auch welche Inhalte vermittelt wurden. Der Krieg war dann verloren. Wie änderte sich dann auch der Unterricht, was die Inhalte betrifft? Über Geschichte haben wir gar nichts gelernt. Geschichte wurde damals überhaupt nicht gelehrt. Und so, dass wir über Geschichten nicht sehr viel erfahren haben, das musste man sich dann anlesen. Aber wie natürlich hin und wieder andere Bücher erschienen. Aber wir hatten zum Beispiel gar keine Hefte oder Schulbücher, sondern hatten auch Schwierigkeiten, Papier zu kriegen. Wir hatten zum Glück Bekannte, der hatte eine Arbeit in einer Papierfabrik und brachte uns Papier mit, wo wir uns dann unsere eigenen Hefte machten. Sonst hätten wir auch nicht gewusst, wo wir mit hätten schreiben können. Also Chemieunterricht fand überhaupt nur theoretisch statt. Also uns konnte nicht mal ein Reagenzglas gezeigt werden, weil das alles kaputt war. Es war eigentlich, Schule war für uns schon wichtig, weil wir eigentlich alle lernbegierig waren. Vor allen Dingen nach dieser Kriegszeit und der Bombenzeig und so weiter, dass wir eigentlich weiterkommen wollten. Und das war bei allen spürbar.